Boah, ich hab die Begrüßung einfach komplett vergessen. So Freunde, es geht. Ich zieh mich jetzt hier gerade schon rum. Wir haben noch zwei Pulli an, aber ja, hier unten geht's schon los, Alter. Beste Boxershots von Candy. Ach, und erst mal. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem neuen MX. Vloggedy-Vlocke-Vlocke hier, ne? Heute sind wir auf jeden Fall beim Uwe Teilhacke zum Training in Gerstetten. Bei meiner Heimstrecke, man kennt ihn mal wieder nach 20 Jahren. Und ja, ich check ja gerade meine Base, immer noch. Und ja, Gerstetten, Uwe Teilhacke Training. Ich würd sagen, ihr seht jetzt erstmal ein paar Fahraufnahmen. Bis zum Mittag hin und dann sehen wir uns zur Mittagspause wieder. Ich hoffe, ich hab jetzt nicht gesumt. Alles easy. Okay, ciao. So Freunde, ich bin fertig. Tschüss, tschüss. Kleine, illustre Runde. Eigentlich bei bestem Wetter ganz gut. Heute wird es trocken. Regen tut es erst morgen. Also von daher haben wir echt gute Voraussetzungen für heute. Nächste gute Voraussetzungen sind zwei kleine Gruppen. Das ist einmal eine Gruppe mit dem Joscha. Und dann ist heute noch der Instruktor der Luca. Heute alles ganz gemütlich, alles gut. Und auch vom Wetter her. Nicht zu heiß, nicht zu kalt. Von oben her trocken. Also passt das schon, weil ich schlafe. Von euch noch unten eine Frage. Ablauf, Wetter, Kuchen. Auch hier ein Kuchenrezept. Auch kein Problem. Jörg. Schokokur. 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 Die Gruppe trifft sie hier. Und dann geht sie zusammen los auf die Strecke. Schokokur. SchokOKur. Von Hart innehmen. Schokokur. 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 Schokamento. Schokokur. Schokannen. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Chill doch. Alter, diese Kamera, ne? Ah, das nimmt's schon auf. So Freunde, wir haben's jetzt schon 12 Uhr 40 und wir haben jetzt schon gesto-Trainingsanhalt fertig. hier oder? Alles klar. Und ja, wir gehen jetzt essen und dann katsching, tschüss, halt die Schnauze. Die Strecke heute ist geiler als im Schneidheim am Mittwoch. Die Strecke heute jetzt fertig mit dem Frazen. Und ja, wir laufen jetzt wieder runter, ich bin jetzt hier an und dann geht's zum freien Fahren und ich sehe ein paar Aufnahmen, gleich vom freien Fahren und danach wieder ein bisschen von, hier noch, Dingsbums vom Sektionshängen. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 La 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 la, 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 la 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 la, la 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.